Wir sind die PMSG Potsdam Marketing & Service GmbH, betraut von der Landeshauptstadt Potsdam. Ihr erster touristischer Ansprechpartner. Wir steigern die Bekanntheit Potsdams im In- und Ausland und vermarkten ihre Angebote crossmedial. Dafür betreiben wir Websites, produzieren den Potsdam Podcast und bespielen Social-Media-Kanäle. Hallo, hier ist Anne von dem Dein Potsdam Podcast. Wir machen Potsdam bei inländischen und ausländischen Journalisten und Reiseveranstaltern bekannt und kümmern uns um Publikationen und Promotions. Wir informieren, beraten und verkaufen ihre Angebote. Von Übernachtung, über Stadtführung und Tickets bis zum Granatapfel-Dressing. In der Mobi-Agentur Potsdam leisten wir Service aus einer Hand. Wir organisieren Gruppenreisen, Events und Rahmenprogramme. Zusammen mit ihnen setzen wir Schritt für Schritt die Tourismuskonzeption 2025 um. Strategische Partner, Visionen, Destination Management, Netzwerke, Organisation und entwickeln gemeinsam neue Angebote. Potsdams exotische Winterboxen, Nebensaison. Werden auch Sie Potsdam-Botschafter und bringen Sie sich ein. Werden auch Sie Potsdam-Botschafter, Visionen, Nebensäuern, 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 Nebensäuern. Werden auch Sie Potsdam-Botschafter, Visionen, Nebensäuern.